Musik Sagt uns, was wir denken sollen, doch wer bestimmt die Richtung? Wer malt das Bild der Wahrheit, in welchem jeder Pinselstrich umbricht? In der Schatz steht geschrieben, wer der Böse ist, wenn nicht? Doch hinter jedem Wort versteckt sich eine andere Geschichte. Man nutzt durch ein Labyrinth aus Bildern laut und schrill. Doch wer zeigt uns den Weg hinaus, wenn die Wahrheit keiner will? Man zeigt uns nur die Schatten, doch die Farben bleiben stumm. Die Zeilen brennen sich ins Hürde, wer fahrt nach dem Warum? Sie zieht uns durch ein Labyrinth aus Bildern laut und schrill. Doch wer zeigt uns den Weg hinaus, wenn die Wahrheit keiner will? Man zeigt uns nur die Schatten, doch die Farben bleiben stumm. Die Zeilen brennen sich ins Hürde, wer fahrt nach dem Warum? Sie zielen ihre Fäden, schrillen Netze auf Verdacht. Und ein Widerspruch wird schnell zum Ziel gemacht. Lügenpresse, die Wahrheit, sie verträgt sich leicht. Für jede Schlagzeile ist jedes Mittellicht. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern viele Seiten. Doch ihr wollt uns nur in eurem Bild begleiten. Ihr malt die Seite, eure Farben, wie es euch gefällt. Doch Verhalt ist ein Mosaik, das in viele Teile fällt. Es geht um den Kampf, den Krieg, den Hass. Doch wer entscheidet, was der Feind ist, was ist nur ein blasser Spaß? Sie zeigen uns die Bilder, schneiden Sätze aus den Mund. Doch wer hinterfragt die Quelle, die uns ihre Lügen kund? Einseitig ist die Story, die sie uns präsentieren. Doch die Wahrheit hat viele Gesichter, die sich verlieren. Für jede Meinung gibt's ein Gegenstück, das bleibt noch dumm gehört. Doch wer nur eine Seite sieht, hat die andere zerstört. Sie werfen mit den Worten wie mit Pfeilen ins Gesicht. Doch hinter jeder Überschrift lauert noch ein anderes Licht. Lügenpresse, die Wahrheit, sie verträgt sich leicht. Für jede Schlagzeile ist jedes Mittellicht. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern viele Seiten. Doch ihr wollt uns nur in eurem Bild begleiten. Ihr malt die Seite in euren Formen, wie es euch gefällt. Doch Wahrheit ist ein Mosaik, das in vielen Teilen fällt. Die Wahrheit liegt im Schatten, verborgen, nicht gesehen. Und wenn wir nur einer Stimme folgen, wird die Welt uns fremd und leer. Denn was wir uns verschweigen, das bleibt in Dunkelheit gehüllt. Die Lügenpresse spiegelt nur, was ihre Macht erfüllt. Doch wir müssen tiefer krabben, hinter Fassaden sehn. Denn jede Wahrheit hat mehr als nur ein einzig Bild verstehn. Lügenpresse, die Wahrheit, sie verträgt sich leicht. Für jede Schlagzeile ist jedes Mittellicht. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern viele Seiten. Doch ihr wollt uns nur in eurem Bild begleiten. Ihr malt die Welt in euren Farben, wie es euch gefällt. Doch Wahrheit ist ein Mosaik, das in vielen Teilen fällt. Lügenpresse, lasst uns nicht im Dunkeln stehen. Denn hinter jeder Schlagzeile gibt es noch so viel zu sehen. Wir suchen nach der Wahrheit, auch wenn sie oft verschwindet. Denn nur wer beide Seiten sieht, die ganze Wahrheit findet.